... entzogen, ein Ofenrohr postiert worden sein. Ein Ofenrohr, eine Waffe, die in den letzten Kriegstagen des letzten Krieges gegen die Panzer eingesetzt wurde. ... Grenzübergangsstraßen, dasselbe Bild, verrosteter Stacheldraht, der sich quer über die Straße... ... Mon Amor, Mon Amor. ... 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.